Ich würde gerne noch einen Doppelten. Ein Martini, bitte. Was? Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung für die Männer nicht. André. Wie immer, ja. Was trinkst du da? Ähm, das ist... Das war... Stark, ne? Danke. Martini? Ich weiß. Du sollst das trinken? Du sollst das so trinken? Ich nehm noch eins. Hallo. Hallo. Ob du mal auf mich wartest? Danke. Jetzt. Aber wann denn sonst? Prost. Prost. Oh Gottchen. Oh Gott, so ein kleines Röhrchen. Jumann bist du denn? Jumann bist du denn wie ein Süßer? Jumann bist du denn wie ein kleiner süßes Röhrchen? Jumann bist du... Wow, wow, wow. Warte mal. Wie kommst du, dass du so gut gelaunt bist? Ich bin immer gut gelaunt. Ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Was ist denn so los? Nichts. Irgendwas ist doch... Ich halte Stress mit der Freundin. Ja, das kenn ich. Das macht mir echt... Scheiße. Ja. Wie wär's noch mit nem doppelten Vodka? Ich lade dich auch ein. Sehr gern. Ich bin Tim. Melanie, hi. Ich weiß. Ach. Ähm, wir hätten gerne noch zwei. Ist gut. Ja. Ja. Ha.